Moin Moin, Hallöchen, ich grüße euch hier zum Wetter an diesem Dienstag bei Nordwestwetter. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen und seid ausgeschlafen und bereit für ein etwas längeres und auch etwas spannenderes Video. Denn ich gehe heute mal ein paar Fragen durch, die ich mir gestern so durchgelesen und bekommen habe. Und eine war davon eben, Christian, jetzt haben wir schon die erste Hitzewelle im Juni. Die, das hatten wir auch in den letzten Jahren immer mal wieder, aber schon wieder stehen die 37 Grad auf dem Programm. So etwas gab es früher immer in der Kindheit und Jugend gar nicht. Ist das normal oder ist das wirklich Klimawandel? Was ist das denn jetzt? Warum ist das denn schon wieder so heiß? All das machen wir heute. Aber wir gehen auch nochmal eben für die, die die Hitze gar nicht abkönnen. Und vor allem für die, die in den Nachtgeschosswohnungen liegen durch den heutigen Tag. Denn es ist nochmal Lüften angesagt, bevor dann morgen eben die große Wärme kommt. Also viel zu besprechen heute. Schnappt euch einen Kaffee und los geht's. Die Großwetterlage heute ein Hoch über der Nordsee bzw. ja, Ärmelkanal, Nordsee. Hier liegt es genau. Und um sich herum kommt die Nordluft, die kühle Nordluft in den Norden geruscht mit einer schwachen Kaltfront, die kaum Regen bringt. Vielleicht mal ein, zwei, drei Tropfen, aber überwiegend eben Wolken. Und alles zusammen sorgt eben dafür, dass es hier heute etwas gedämpfter zur Sache geht und wir auch vor allem in der kommenden Nacht nochmal ordentlich durchlüften können. Im Süden von NRW und auch in der Mitte von NRW, da kommt dann heute Nachmittag schon der erste Schwung der Warmluft an. Hier wird es auch ein sommerlicher Tag werden heute. Aber heute Vormittag merkt man davon noch nicht viel. Es sind ziemlich dichte Wolken, vor allem von der Eifel über Sauerland in den Harzrhein und auch so Richtung Rheinland und Ruhrgebiet. Alles ziemlich dicht Richtung Niederrhein, Richtung Emsland und dann zur Nordsee hoch. Wird es im Laufe des Vormittags dann langsam aber sicher brückiger werden von der Wolkendecke her. Da lockert es dann langsam aber sicher auf und am Nachmittag sieht es dann verbreitet wieder sehr, sehr sonnig aus. Außer einzelne sehr kompakte Wolkenfelder, die Sie noch in den Mittelgebirgsräumen halten können, sind es nur noch ganz vereinzelt mal so ein paar harmlose Wolken, die dann da durchziehen. Der Wind angenehm heute aus nördlichen Richtungen. Aber aufpassen, ihr spürt die Kraft der Sonne nicht bei dem frischen Wind. Ihr holt euch ratzfatz einen Sonnenbrand, also brav eincremen. Die Temperaturen 20 bis 23 Grad in Niedersachsen, 22 bis 27 Grad in NRW. Wie eben schon erwähnt, kommt hier heute Nachmittag schon der erste Schwung Warmluft an und der ist dann auch in der Nacht dort. Denn der einzige Ort, wo man nicht lüften kann, wird so die Metropolregion Rhein-Ruhr sein. Hier bereits Tiefswerte von um 19 Grad, ansonsten Fenster auf, Türen auf, alles lüften, was geht bei 9 bis 13 Grad. Nochmal richtig schön abkühlen das Ganze und dann morgen früh alles dicht machen. Fenster zu, Jalousien runter, denn dann kommt die Hitze. Und die kommt mit ziemlich Karacho um diese Tiefdruckrinde herum aus dem Süden Europas nach Deutschland geflutet. Und das sind in 1500 Metern Höhe mal eben 17 bis 18 Grad, die dann da am Donnerstag eben im Westen liegen werden. Das heißt, das ist eine ziemlich heiße Luftmasse, die da bei uns ankommt. Und die sorgt eben nicht nur dafür, dass wir dann natürlich alle schwitzen, sondern auch für die Natur ist das mal wieder richtig stressig. Denn wir haben viel Sonnenschein und heiße Temperaturen. Sprich, oberflächlich trocknet es jetzt wahnsinnig schnell ab und das fördert natürlich die Waldbrandgefahr. Am Mittwoch noch einigermaßen im Rahmen Warnstufe 3. Nur vereinzelt mal 4, vor allem in der Lüneburger Heide, dann Richtung Zelle und auch im Rheinland in kleinen Teilen. Am Donnerstag dann schon fast überall Warnstufe 4, teils sogar die höchste Warnstufe Richtung Lüneburger Heide, Nienburg-Weser. Da ist es also überwiegend schon so trocken, dass also Warnstufe 4 hier ausgerufen worden ist vom Deutschen Wetterdienst schon im Voraus eben hier für den Donnerstag. Das bedeutet, nichts an brennbaren Materialien in die Natur werfen bitte. Gerade auch nicht auf Wiesen und Feldern. Auch der Graslandfeuerindex feuerrot liegt nicht nur jetzt an der Wetterlage, sondern auch daran, dass es eben in den letzten Wochen nur sehr lokal Regen gab und nicht flächendeckend. Und so sieht dann auch eben die klimatische Wasserbilanz aus, jetzt vom 1.6. bis zum 13.6. eben teils recht trocken. Vor allem rund um Berlin und Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommerns, der Nordosten Sachsen-Anhalt und auch Lüneburger Heide mit den trockensten Ecken im Moment in Deutschland. Aber auch diese gelben Felder hier sind relativ trocken. Da ist also zu wenig gefallen jetzt in den ersten 13 Tagen. Und deswegen auch diese hohe Wald- und Wiesenbrandgefahr eben jetzt durch diese Hitze. Und die Hitze, die sorgt eben auch dafür, dass wir wahrscheinlich nochmal einen Sprung in Sachen Temperaturabweichung machen werden, die ja jetzt schon vor der Hitze in ganz Deutschland im positiven Bereich ist. Es gibt nicht einen einzigen Ort, der bis jetzt ausgeglichen oder zu kalt war in diesen zwei Wochen, sondern überwiegend alles im deutlich positiven Bereich. Und damit reihen wir uns in einen Trend ein, der schon ganz, ganz lange eben besteht. Wir schauen uns jetzt die Temperaturanomalie für Deutschland an vom Jahr 1881 bis ins Jahr 2019. Das ist eine wahnsinnig aufwendige Grafik, aber mal ganz vereinfacht gesagt. Die blauen Linien sind die Jahre, die zu kalt waren. Und die roten Linien sind die Jahre, die zu warm waren. Und wir sehen so von 1890 so bis 1920, 1950 war das immer mal ein stetiger Wechsel von zu kalten und zu warmen Jahren. In Summe relativ ausgeglichen, bis es dann eben hier zu einem ganz klaren Bruch kam. Es gab nämlich in den letzten 32 Jahren nur zwei Jahre, die unterdurchschnittlich waren. Das waren das Jahr 2006 und das Jahr 2010. Alle anderen Jahre waren deutlich zu warm mit einem ganz klaren Trend nach oben. Der wärmste hier 2018 und das ist doch schon mal eine Hausnummer. Wenn wir dann mal nur auf den Sommer gucken, die Sommertage, die heißen Tage, sprich Sommertage alles über 25 Grad und die heißen Tage alles über 30 Grad. Auch hier sieht man auf den ersten Blick schon, dass die Kurve ganz klar nach oben geht auf beiden Grafiken. Aber wir machen es nochmal deutlich. Wir hatten 2019 52 Sommertage. Das heißt 52 Tage über 25 Grad. Das gab es nur noch häufiger 2003 und 2018. Und wir hatten 17 Tage mit über 30 Grad. Auch das gab es nur häufiger 2003 und 2018. Davor gab es das alles nicht so extrem. Es gab immer mal kleine Ausreißer zwischendurch. Ja, aber der gemittelte Kram war deutlich weniger. Auf beiden Grafiken gab es diese Ausreißer nach oben in der Häufigkeit nicht. Zumindest nicht von 1951 bis in die 80er und Anfang der 90er nicht. Das kam erst in den letzten Jahren dann so langsam im Aufwärtstrend. Und man muss dazu sagen, gerade das Jahr 2019 war ja vor allem vom 24. bis zum 26. Juli ziemlich extrem, weil da gab es drei Tage in Folge im Westen mehr als 40 Grad. So, das dazu. Und nun steigen wir ein in die Hitze. Am Mittwoch viel Sonnenschein, ein paar harmlose Wolken. Die Temperaturen machen einen deutlichen Satz nach oben. Beginnend im Südwesten NRWs und auch im Südwesten Niedersachsens. 30 bis 34 Grad werden dann am Mittwoch erreicht. Im Emsland bis zu 32 Grad. Im Nordosten 27 bis 29 Grad. Der Donnerstag startet mit viel Sonnenschein. Später kommen dann Quellwolken auf, die zum Abend vor allem so von der Eifel auch Richtung Niederrhein erste, teils unwetterartige Gewitter auslösen könnten. Die werden vermutlich über Frankreich und Belgien entstehen. Und dann müssen wir abwarten, ob die rüberkommen. Von der Luftmasse her würde das auf jeden Fall locker hinhauen. Denn die Temperaturen, die sind wirklich anstrengend. Mit 36 bis teils 37 Grad direkt am Rhein, aber auch Richtung Nordosten 33 bis 35 Grad. Und dazu gibt es Taupunkte, die sich gewaschen haben. 20 bis 22 Grad. Das wird nicht nur sauheiß, das wird auch noch richtig, richtig schwül. Das heißt, wir schwitzen also auch viel. Trinkt viel, macht bitte keinen Sport und kühlt euch, wo es nur geht. Und gerade auch für die Kreislaufkranken achtet ein bisschen auf die, dass da genug getrunken wird. Meist mal vergessen die das einfach. Und das ist dann doch ziemlich blöd. Die Wetterlage am Samstag ist dann auch recht spannend. Da ist noch sehr viel Unsicherheit eben drin. Wir haben diese Tiefdruckrinne westlich von Deutschland und wir haben eben die Heißluft, die nach Osten abgedrängt wird nach dem jetzigen Stand des amerikanischen Modells. Da ist noch ein bisschen Luft drin, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Das kann sich ein bisschen weiter nach Westen verschieben, kann aber auch schon nach Osten rutschen. Ist also noch nicht so ganz safe, wie der Samstag so aussehen wird. Der Freitag ist so ziemlich sicher. Der wird nochmal heiß, schwül und vor allem gewittrig werden. In etwa bis zur Weser östlich davon bleibt es wohl noch trocken. Und vor allem auch Richtung Lüneburger Heide und auch Richtung Sachsen-Anhalt dann mit den wärmsten Werten um 36, 37 Grad. Der Samstag dann eben noch mit Vorsicht zu genießen. Ich habe mich mal rangewagt. Das kann aber auch wirklich morgen wieder völlig anders aussehen. 22 bis 23 Grad in der nordwestlichen Hälfte und auch Richtung Elbe nach Süden hin. Dann wohl eher nochmal bis zu 30 Grad eben möglich. 29 in Münsterland, 28 rund um den Harz. Und dann der nächste spannende Punkt. Der Sonntag. Auch der ist noch sehr, sehr unsicher. Wenn wir nach dem amerikanischen Modell mal gehen, in 1500 Metern Höhe, liegt die Wärmeblase mit 20 bis 24 Grad in 1500 Metern Höhe eben in der Mitte bis in den Süden Deutschlands hinein. Und das sind wirklich Sachen, die sind auch nicht mehr schön. Also da kann man sich auch nicht mehr über Hitze freuen. Das wären, wenn das wirklich so käme. Und wir hätten diese Temperaturen in 1500 Metern Höhe mit ungehinderter Sonneneinstrahlung in der Mittagszeit. Wären das bei 24 Grad in 1500 Metern Höhe über 40 Grad Celsius. Ganz einfach und bequem. Und da wird es dann auch irgendwann gefährlich für den Organismus. Ich hoffe einfach, dass das in den nächsten Läufen so allmählich vom Tisch ist. Das europäische Modell hat das nicht am Sonntag drin, sondern am Montag. Aber auch im Süden Deutschlands, im Westen und Nordwesten nicht ganz so arg. Hier sitzt gerade mal so 2021 eben. Aber auch hier nochmal ein Comeback der Hitze. Ja, und das deutsche Icon-Modell möchte davon eigentlich gar nichts wissen. Das hat das alles rausgerechnet. Es ist also noch sehr viel Unsicherheit drin und das hat eben Gründe. Denn diese Tiefdruckrinne ist eingefärscht zwischen zwei Hochs. Einmal auf den Atlantik und einmal über dem Kontinent. Und da ist eben die Frage, wo liegen denn diese ganzen Tiefs? Das sind alles nur so Höhentiefs. Also sehr wackelige Kandidaten, die auch gerne mal so ein paar Kilometer weiter hier hin switchen, da hin switchen. Und es ist vor allem auch gar nicht so stark das Ganze. Die Temperatur in 5,5 Kilometern Höhe hier bei minus 15 Grad ist nicht so kalt. Dementsprechend auch nicht wirklich viel Bewegung in der Vertikale. Das heißt also, da rutscht nicht wirklich viel. Da ist auch nicht wirklich Power hinter. Die wabern da oben so rum. Und dementsprechend kann sich da dann bis zum Wochenende noch einiges tun. Entweder kommt die Hitze nochmal bis in den Westen voran oder sie wird abgedrängt und bleibt im Osten. Es ist also noch abzuwarten, wie sich das am Wochenende entwickeln wird.